hallo es geht weiter mit splatoon 2 offline modus das letzte mal haben wir level 19 macht diesmal kommen wir hoffentlich mit 20 und 21 dran oder schaffen es hoffentlich mal gucken und dann gibt es in der folge danach auch schon den boss zu dieser welt und schon wieder in der neue waffe stimmt stimmt die waffe gab es ja erst mal nur im single player und online gar nicht ganz komisch ist aber ja mal schauen jetzt schon die secrets gefunden ich mag die waffe ist gleich schatten ist ganz cool das ist glaube jeder waffen so man muss treffen abgesehen beim pinsel da muss war ich nicht treffen da kann man einfach nur in eine richtung schießen ich habe keinen schlüssel also einfach mal hier lang ein paar raketen viecher ja gut das erinnert mich irgendwie ein bisschen halo ich weiß nicht warum vielleicht wie gerade nur verrückt geworden nein nein ich wollte ich wollte nicht da lang egal sie können schießen was ich jetzt verstehen dass ich das damit unterbringen was ist es okay dass ich es gerade nicht verstehe es ist nicht okay dass ich es nicht verstehen könnte man schon verstehen okay oh man okay okay easy easy lemon squeezy puff aber das teil geht mit natürlich etwas doof da brauche ich wohl eine granate okay einfach durch ja easy was macht er eigentlich wenn man hier keine passende granate hat hat er da verkackt shit ja hui easy und nicht zu weit bitte alles geschafft nee weg hier hallo ja ich zwei wege für schlüssel wir hätten ja auch noch den anderen weg gehen können oder was ist das sieht interessant aus was hier los oh abhobe gegner ja ich darf nicht hm mit absicht natürlich hallo hier könnte man auch na brauche ich zwei schlüssel schauen wir mal hier ist es ja unnötig warum unnötige dinge machen easy peasy ja man braucht zwei schlüssel deshalb unnötige dinge machen boh oui oh man schlimm egal hier ich glaube das sind mehr xp teile was ich ganz cool finde weil die kann ich gut gebrauchen und nein dass ich mal level ich glaube 27 oder 26 wert dann habe ich ja nicht meine bestimmte waffe die ich gern hätte hier lang alles klar okay es geht weiter wenn es ein gegner der schießen können oder super die gegner kann ich höre auch scheiße hallo dahinten kann ich sehen hier gibt es die schüsse auf die schwelle ist hier bestimmt doch irgendwo muss es noch ein secret geben ach hier geht es einfach weiter okay so wieder zu es gibt bestimmt ein secret oh nein danke tschüssi oh nein dir hat sich jetzt aber gewehrt ich weiß nicht ob ich das ganze lustig fand ich bin einfach noch dämlich aber das ist ganz normal hallo oh shit wo geht es jetzt lang jetzt mehr pvp action oder was ich dachte jetzt einfach das kommt fischer heraus oder war auch noch so was drin was ganz cool ist weil ich glaube wenn man die behält bis ans level ende kriegt man dort sachen moment mal bewegende plattform machen ich verstehe ich verstehe jetzt auch für das hier gut ist hoff 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 hallo warum ich muss mich verarschen geht doch warum war das nicht so schwer so wo muss ich hin hier hinten geht es weiter aber ich weiß nicht wie wir hoch kommen sollen das ist eine kugel tolle kugel aber wir sind oh klar ist das richtig gut war es nicht jemand perfekt genau wie ich geplant der bricht wie es gedacht hat er ich dachte von anfang an das ist perfekt das wird perfekt sein aber ihr wollt mir das glauben nein schon wer hat ja keine ahnung guck mal da was das hier machen kann das kann mich fast umbringen bitte nicht und weiter geht hier war es glaube ich so schlecht gut mit kanaden zu werfen verstehe einfach mal kurz ausweichen ein richtiger skiller oder einfach so machen tschüss kann ich das umbringen hoffentlich nicht ja so was gibt es nicht hier schönes so sie fassen mit Geht doch! Holy shit! Was hat das jetzt? Pratatam! Auf und ab im Propellerland! Wie Propellerland? Das ist ein Superpariodieser oder was? Hm. Okay, ja. Pum, Pum, Pum! Fischi! Lass mich mal einen Waffen-Lock. Wo schau? Ja, ist voll sexy. Super toll. Ja, guck mal, hier bin ich wieder voll, toll, viel Erfolg. Oh, gut. Schnell die Waffen wechseln. Hier, da zurück zu meiner P90. Okay. Noch eine Leckerei. Ja, ist mir egal. Easy. Fass! Das scheint wieder so ein, ähm, gegen NPC-Kampf zu sein. Also, NPC ja sowieso. Nee, Quatsch. Nicht NPC. Ähm. Auf jeden Fall gegen Oktolinge. Oh. Du, 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 du. Oh, nee! Natürlich. Natürlich. Die haben in der Map natürlich, selbstverständlich, Sniper hingetan. Es gehört einfach zu dieser Map. Verdammte Sniper-Level! Oh, kam ein Schuss. Oh, da liegt der Kondomar. Sehr gut. Jetzt kann ich ignorieren. Du, 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 du. Ich nehme es einfach ganz normal runter. Oh. Ja, zum Glück haben die doofe, Cluster die nichts können. Weil die nicht zielen können. Oh, oh, oh. Und weil ich eine OP-Waffe habe, aber das ist eine andere Geschichte. Oh. Oh. Echt krass. Gut, da kann ich nichts machen. Oh. Oh Mann. Wie dämlich. So, das ist hier dann noch der super easy-Part. Bis die Dreck-Sniper kommen, die dann sehr stark nerven werden. Oh. So, ähm. Anscheinend kann ich das hier nutzen. Ja, erstmal jetzt hier lang, um die Sniper von ein bisschen weg zu vernichten. Puff, puf. So, oh. Oh. Wollt. 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 Einer ist doch runtergegüpft, oder? Keine Ahnung. Egal. So, ähm. Was gibt's hier Schönes? Wander, meine Freunde. Oh. Hier gibt's eine sehr doofe Ulti. Ich mag die überhaupt nicht. Diese dumme Sniper-Ulti. Die ist auch stinkig, oder? Da hab ich... Obwohl, es gibt viele stinkige Ultis, um ehrlich zu sein. Also, die finde ich nicht so cool. Und dann, eine, die auch dem Scheiß ist, ist die, wo so mit dem Jetpack in die Luft geht. Die finde ich überhaupt nicht toll. Die mit dem Jetpack, weil... Ich weiß nicht. Man schießt die ja irgendwie selbst ins Bein, wenn man die spielt meistens. Oder oft. Okay. Oh, ja. Guck mal, was ich machen kann. Oh, tot. Ja. Ich weiß, es ist eher für Rage, aber das gibt mir jetzt auch nichts. Ich hab die Sniper schon besiegt. Ich hätte damit die Sniper-Fuzzis vernichten können. Aber meistens haben die Waffen, die ja schon mega viel Rage haben, haben ja die Ulti. Also, ja. Hat man auch schon... Natürlich stehen wir da, weil Tätik kann auch ein bisschen weiter schießen, doch wenn der West noch, aber... Nee, nee. Andere Ulti sind cooler. Du, 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 du. Obwohl für so super Fernkampfwaffen wahrscheinlich keine schlechte Idee, weil die ja nicht in den Nahkampf wollen. Und mit anderen Ultis vielleicht geht man da halt doch in den Nahkampf eigentlich. Ja. Aber dieses ist eine Schild. Das bringt ja jedem im Team was. Hätte ich lieber sowas dann. Oh, ja. Was? Nein, ich gehe jetzt weg. Tschüssi. Habe ich die Skolle bekommen? Das ist noch Zeit für den Boss. Oh, shit. Yo. Keine Skolle. Na gut. Einfach Fischli. Alles klar, geht's zum Boss jetzt. Oh, fast verkackt. Du hast dich richtig gesehen. Das wäre doof gewesen. Also gut. Da geht's zum... Zu einem anderen Ort. Ah, hier. Okay, da geht's noch zurück. Dann würde ich sagen... Bosszeit. Na, hallo Boss. Ich glaube... Oh. Eine Sniper. Ich glaube doch nichts. Was ist das? Da steht irgendwas. Das ist ein Knopf. Es ist eine Dose. Egal, einfach weiter. Es sieht ein bisschen aus wie Tentantil. Irgend so ein Pokémon. Also der Schatten auf jeden Fall. Schau dich das an. Es ist... Ein Dieb. Kidnapping. Da ist eine Ente. Nein, die Ente ist weg. Da hat die Ente gefressen. Zwickzack. Die Ente ist auch drauf. Okto Blancher. Alles klar. Okay. Dann will er auf mich schießen. Was soll ich denn tun? Puff. Hier sollten wir halt auch zielen können. Was ich nicht immer kann, aber gerade scheint es zu klappen. Puff. Oh. Oh. Es hat noch funktioniert. Fast für garg. Oh. Oh mein Gott. Puff. Nein. Die pflegende Unterschüsse. Wüthel. Lass euch noch tun. übrigens sagen ich sage uns peter nicht gesehen habe da habe ich den boss auch noch gesehen und 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 da haben wir sagen dass dieses gruppe und ich weiß gar nicht wo das war das ist das komische hut teil dann ist er auf hat irgendwas ist was irgendwelche japanischen frauen hier beim duschen anziehen oder beim baden irgendwie so schutz für den kopf was eigentlich total dämlich ist weil man geht doch ins wasser um man geht die gehen duschen und ziehen sich dann was an dass der kopf nicht nackt oder was muss man das verstehen alter ich habe gehofft dass ich das hier bist beste chef ich bin hier lang und die schneider sagen kann ich so schnell schießen hier und tschüss das war es noch nicht oder es kommt noch eins dummer snapper boss was soll das obwohl der boss ist wahrscheinlich und ist aber ganz schön nervig auch nie was haben die die können jetzt deutschen wer ist auf diesem tägliche körper ok und er hat auch noch eine klasse waffe jetzt oder was okay shit noch erwischt gerade aus der ist überhaupt nicht nervig nein ich bin scheiße langsam damit dann das wusste ich nicht geht doch dein letztes stück hat geschissen geschafft blöder boss ey opfer du bist jetzt tot das war ein bisschen anstrengend jetzt bin ich doch der ente ich habe mich komisch verschluckt geht weg verschwindet von hier ist das gerät verkehrt herum tatsächlich daran hat es gelegen Aioli nein wer soll dieser Aioli sein geht einfach weg hier ist es gewerblich und nicht sicher das ist doch dasselbe ist mir egal geht nur einfach ich warne euch nicht noch einmal warte legt nicht auf Aioli Aioli arbeitet Aioli etwa mit dem Oktarianer zusammen Nummer 4 jetzt brauche ich deine Hilfe mehr als jemals zuvor ich werte das mal wieder als ein Ja du bist super also dann packen wir es an hm ok dann kommen wir jetzt in die Welt wo ich glaube ich nur ein einziges da wirklich sehen habe meine Streetrunner habe ich aufgehört den zu schauen ja aber das hat mir eh nicht wirklich weitergeholfen anscheinend aber ich habe ja gut ich habe auch nicht geschaut um besser zu werden ich habe nur geschaut weil Speedruns super toll sind ja gehen wir jetzt schon rein oh ja Cephalopod HQ Cephalopod HQ schauen wir mal Waaah oh ja so hier gibt es auch anscheinend irgendwelche Tricks wie zum Beispiel hier drauf und dann wo muss ich das hinwerfen ne nicht von hier aus ok ich bin glaube falsch aber egal das habe ich sie verleihen ich soll ich jetzt die folge beenden aber ich will ganz kurz nur ein level freischalten damit ich mich hierhin teleportieren kann hier komme ich nicht nur so einfach zurück dafür nicht die beste idee zu gehen einfach nicht bewegen dann geht es okay einfach hier oben soll ein level sein hoffe ich mal nicht das erste egal jetzt haben wir hier schon ein level was ganz gut ist und da hätte es anscheinend doch jetzt was ich halt mir auch noch frei oh ja da teleportiere ich mich auch gut sind sehr gut genau das was ich wollte ich will ich eigentlich noch irgendwie zurück und wir kommen hier den start was zum alles klar war einfach so was da kann ich das nicht hin tut weg hier langsam mache ich wieder schneller spiel es habe ich verdient ja gut aber ich würde mal sagen ich bin jetzt die folge und und ja wir sehen uns beim nächsten mal jihau